Du warst unter dem Wort Gottes. Vielleicht weißt du, dass Gott untertut. Und vielleicht hast du dich geschämt, oder schämst du dich später nach vorne zu kommen. Aber ich sage dir, öffne dein Herz. Öffne dich für Jesus. Was heißt öffne dein Herz? Sei bereit, ihm heute zu begegnen. Amen. Wir werden ein Lied gemeinsam singen. Ich denke, einige Kenntnisse bestimmt. Wer es kann, bitte singt alle mit. Denn wir wollen gemeinsam den Herrn in Ehre geben. Wir werden ein Lied. 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 Ich will bereit sein, mit dir nach Haus zu gehen, mit meinem Herrn Jesus zu gehen. Ich will bereit sein, mit dir nach Haus zu gehen, mit meinem Herrn Jesus zu gehen. Mit meinem Herrn Jesus zu gehen, mit meinem Herrn Jesus zu gehen. Amen, halleluja!